In der heutigen Welt In der heutigen Welt kann es schwierig sein, seine wahre Bestimmung zu finden oder sich mit seinem authentischen Selbst zu verbinden. Es gibt so viele Ablenkungen und Geräusche, die uns davon abhalten können, inneren Frieden zu finden. Deshalb möchte ich jetzt diese einfache Übung mit euch teilen. Diese Übung wird dir helfen, deine innere Mitte zu finden und dich mit deinem authentischen Selbst zu verbinden. Wir beginnen damit, dass du einen tiefen Atemzug nimmst und du deine äußere Aufmerksamkeit auf deine innere Aufmerksamkeit legst. Du wirst deine Gedanken, Gefühle und Empfindungen intensiver wahrnehmen. Und nun konzentriere dich auf deinen Atem und atme dreimal tief ein und aus. Dann stell dir vor, wie aus deinem Herzen eine goldene Sonne entsteht. Mit jedem Atemzug wird diese Sonne heller und heller, bis sie deinen ganzen Körper mit Licht ausfüllt. Das Licht ist warm und tröstlich und es umgibt dich mit Liebe. Jetzt konzentrierst du dich auf dein Herzzentrum. Du stellst dir eine Kugel aus weißem Licht vor, die sich von deinem Herzen aus ausbreitet. Mit jedem Atemzug dehnt sich die Kugel aus, bis sie deinen ganzen Körper ausfüllt. Das Licht ist rein und heilend und es umgibt dich mit Frieden. Jetzt stellst du dir einen Ball aus grünem Licht vor, der sich von deinem Herzen ausbreitet. Mit jedem Atemzug dehnt sich der Ball immer mehr aus, bis er deinen ganzen Körper ausfüllt. Dieses Licht ist erfrischend und verjüngend und es umgibt dich mit Heilung und Vitalität. Jetzt konzentrierst du dich auf deine Füße. Stell dir vor, dass Wurzeln aus deinen Füßen wachsen und dich im Boden verankern. Mit jedem Atemzug werden die Wurzeln tiefer und stärker, bis sie das Zentrum der Erde erreichen. Die Wurzeln sind erdend und stabilisierend und geben dir ein Gefühl der Sicherheit. Konzentriere dich nun auf dein drittes Auge und stell dir eine Kugel aus blauem Licht vor, die sich von deinem dritten Auge aus ausbreitet. Mit jedem Atemzug dehnt sich die Kugel weiter aus, bis sie deinen ganzen Körper ausfüllt. Das Licht, welches dich jetzt umgibt, ist ruhig und friedlich und es trägt die göttliche Weisheit. Nun konzentriere dich schließlich auf dein Kronenchakra. Du stellst dir einen Ball aus violettem Licht vor, der sich vor deinem Kronenchakra ausbreitet. Mit jedem Atemzug fließt dieses violette Licht in dich hinein und der Ball dehnt sich aus, bis er deinen ganzen Körper erfüllt. Das Licht, welches dich jetzt umgibt, trägt Glückseligkeit, ist erhellend und umgibt dich mit deiner Spiritualität. Nun nimm dir ein paar Momente Zeit, um in der Stille zu sitzen und die Energie des Lichtes um dich herum zu spüren. Lass es dich erfüllen und deine Seele nähren. Genieße jetzt diesen Moment. Lass es dich erfüllen und deine Seele nähren. Und dann nach einer Weile, wenn du spürst, wie alles Negative von dir abgefallen ist, wie deine Stimmung sich erhellt hat und du Sicherheit und Kraft in dir findest, komm langsam wieder in dein Hier und Jetzt zurück und bringe diese Energie des Friedens, des Vertrauens in deinen Alltag. Du wirst spüren, dass du jetzt viel mehr verbunden bist, dass du stark bist und dass du gut durch diese Zeit hindurch kommst. Dann bewege Hände und Füße und sei wieder ganz im Hier und Jetzt. Ich danke dir sehr, dass du mitgemacht hast und nun auch diese wundervollen Energien in dir trägst. Und nachdem ich mich verabschiedet habe, werde ich noch Bilder von meiner Katze einblenden. Ich wünsche euch alles, alles Liebe, eine Herzensumarmung und ein Küsschen für euch. Bis zum nächsten Mal. Und nachdem ich mich verabschiedet habe, werde ich mich verabschiedet habe.